Was machen die Schweine? Aua! Eieieieiei Welchen bin ich denn hier? Was denn? Ich glaub ich bin in so einem scheiß Umgebiet oder? Ja Hey das ist schade Da kann ich mir das Ding abbauen Oh ich hätte Glück gehabt Hey Hui Ich wollte ja gerade so so Holz hacken Und da hab ich die Köter gehört Vor allem... Du hast gerade gequatscht und ich dachte Hä was ist das? Hast du kurz aufgehört? Da sind die Köter kommen Hehehehehe Sind geil die Dinger Ich find kei flint Ich hab beide gekillt geregt Die haben aber geschafft mich zur Hälfte runter zu hauen Am Herz Ja die sind nicht schwach die Dinger Die Dinger sind sie auch nicht Aber wenn du schnell genug klickst dann schaffst du die ganz schnell zu töten Ich glaub drei Schläge oder so braucht man die Drei oder vier Zack 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 Ja Ist ja dunkel Komm Niga weg mit den Brettern Was? Das geile ist eine Holzplanke Und macht dein Feuer auch ganz hoch Ja Ja aber mir bringt das nix weil ich noch nicht mal Flint habe Oh Hei doch Ich hab dieses komische Papyrus kackzeug aber nein Mh Oh ein Schwein Toll Ah guck mal da wachsen meine Äste grad Geil das sind wir nun Kann man bitte zu gucken Ach man Zum Glück geht das Zum Glück geht das Ey zum Glück geht das Dass die wachsen können Ja Sonst hättest du doch keine Ahnung Schocken sind Jetzt hättest du wieder weiß ich nicht Holz so Sticks machen müssen oder die Holz irgendwie weiß ich nicht Abschaben keine Ahnung Hm Ach so Hat das grad bei dir gehoopt? Ja Draußen War ein bisschen leise Wir haben wieder Tag Wir haben wieder Tag Wir haben wieder Tag Und ich hab noch kein Flehend Und ich hab noch kein Flehend Ich krieg's Katzen Aha Ich bin Tag 8 jetzt Naja und immer noch kein Kein Heiligtum gefunden ne Nö Ich bin grad auch noch nicht beim Suchen mehr Was ich noch machen wollte Ich wollte nur noch eine zweite Chess bauen Naja du brauchst ja sowieso mehr als eine Chess Du kommst ja sowieso nicht von weg an 1 2 3 Ich find ja nix ne Aber eine Axt finde ich einfach so Ja Als wenig ich ein bisschen Holz habe Na jetzt hab ich zwei Kisten da stehen Bei den einen habe ich immer dieses Brennmaterial reingeschmissen Um den einen einfach so einen komischen Unsinn Komm Da tue ich jetzt im Holz rein Da tue ich flint rein Obwohl flint wenn nicht Ne loslaufen tue ich ja noch nicht Komm schmeiß das So wir gehen erstmal in der Schweine gesuppen Und entwaffen mich Hm Jetzt gibt's wieder Überraschung ne Komm wir brennen erstmal noch die Pilze Da kann das ist gut hier Zack Ja ich hab ja noch Zack Ah ne Der blaue Pilz der macht dir herz runter Ja aber wenn er den so ist ne Hast du schon mal gekocht Ich hab den gekocht Der blaue Pilz macht dir trotzdem weniger Okay Ja 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 da sind wir bei den Pilzen manchmal Da hast du entweder Wendem oder so Ich weiß es nicht Ja das kommt immer darauf an welche Pilze du kriegst Ach da Schweinei Schweinei I love friend Da komm wir jetzt hinterher Da komm wir hinterher Da komm wir hinterher Das kann das ist natürlich geil Ich hab ein Haustier Ich hab ein Haustier Ich hab ein Haustier Und hier kann ich schon mal drin Äh Sind wir denn jetzt weg hier Komm schon mal den blauen Pilz weg Komm mit Schweinei Und ich war nicht schweinig warm Dann muss mal ein paar spinnen vor Wo pack ich denn das zumindest hin kann ich hier durchgehen dann komme ich eigentlich direkt hinten sogar so wege durchdenken wie ein bisschen gefälliger sind aber ich bin mir danke für die zwei netze dann geht das die schweine die sind eigentlich ganz geil dafür schwein die danke dir weil das sie gerade geholfen und dann machen wir mal hier ein feuerchen dann noch was schwein die als die spinne gekält hast stimmt nicht redet ja nie mit dir wer mit dir reden aber da kommen wir echt mit mir mit das ist natürlich hat natürlich keinen vorteil habe ich jetzt auch meinen lebendigen scheiß zuvor wenn du diese komischen buffer los findest dann hast du wieder noch scheiße ob die kannst du auch eingetzeigen kannst aber frage mich wieder nicht wie oder warum irgendwelche messen zeug genau weiß es aber auch nicht können doch jetzt wird ja ich brauche hier weil ich will dass man dieses Bienen ausbauen nun werden ich wollte das Netzbauen stunden m und das kann ich nämlich jetzt bauen dann kann ich mir noch der Klinik an die Info so und gucken so und wenn man das Netz es wird die komischen Karotten hier das sagt man muss ich die das sind wir zu essen haben dieses Komplettung natürlich sind die Biennacht ist nicht mehr weniger um Ich hab kein Gold, ich hab kein Flint, das ist zum Kotzen drauf. Da fang hab ich zu wenig, das ist Mist. Was ist noch ne Bienen? Ja das ist ne Bienenmine. Ja die Bienenmine ist, weißt du was sie ist? Das ist ja ne Waffe. Ich glaub wenn da jemand drauf geht oder sowas. Kommen Bienen raus und aggieren den dann anscheinend. Blow Dart, Sleep Dart, Fire Dart. Ja dafür sind die Darts auch da, ja. Weißt du nicht wie man die bekommt, die Federn immer. Raben, was braucht man denn da? Blinkt mein Herz so. Weiß ich nicht. Verlierst du grad Leben oder was? Nö. Oder hast du das Amulett um? Nein hab ich nicht. Es gibt ja auch ein Amulett. Ja. Jetzt brauch ich nur Gold, Gold und Flint. Ähm, das Schwein ist bei dir weg, das ist wahrscheinlich nach Hause gerannt grad. Naja. Oder ist es zu dunkel und liegen geblieben? Nö, nö, das war ja mit bei mir. Ah, da kommt es wieder. Hallo. Alles wieder hellig. Naja, weil es im Dunkeln sich hingelegt hat. Einfach. Ja, mein ich. Meinte ich ja eben selbst auch. Hier Schweini. Guten Hunger. Danke. Für deinen Dünger. Wo finde ich jetzt Flint, Flint Flint. Geht auch. Wurde auch Zeit. Ich dachte, ich fahr das Zeug nicht. Ich dachte, ich fahr das Zeug nicht. Das ist kein Säck. Hm. Lass mir was essen. Also ich scharrecke noch. So, danke sehr. Jetzt hatten wir doch da Steine oben geschoben. Jetzt hat sich das Schwein hingelegt. Naja, irgendwann schläft's doch noch ein. So, wie viele Bienen hab ich denn jetzt? Drei Stück. Hätte ich schon irgendwo ne Zeitmaschine aufgebaut? Da nicht. Da nicht. Jetzt hast du's noch mal kurz warten, bis es nicht aufgebaut wird. Also nicht. Komisch. Hm. Dann muss ich mir nochmal später noch mehr Netze holen, dass ich mir auch ne Bird Trip machen kann. Da ist Science Machine. Jetzt ist es auch... Hä? Achso, ich jetzt ganz... Ja, okay. Passt. Was ist denn der Tag? Boah, geht er schnell. Ich bin bei Tag 8 und mein Hirn hat 188. 188? Hast du geschlafen oder was? Nein, gar nicht. Okay, ja, dann hast du vielleicht... Weil manchmal durch irgendwelche besonderen Erfolge steigert das Gehirn sich auch. Von selbst. Komm, fang die Biene! Fang die Biene! Fang die Biene! Fang die Biene! Achja. Was denn? Warum hast du dich jetzt erschrocken? Ja, weil die Bienen doch mit einmal rauskommen. So. Wow. Ich fang mir grad die Bienen hin. Dam, 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 dam. Jetzt fehlt mir nur noch Gold. Danke. Danke mein Schweinchen. Also wieder. Ja, das habe ich geholfen. Schweinchen ist nicht schlecht. Ähm, sowas braucht ich denn. Deswegen gibt es, glaube ich, auch ein Schweinehaus, mich dran zu ändern, dass es sowas gibt. Ja. Hm, warum kriege ich jetzt Steine? Wollen wir nochmal planten? Zack. So. Das Bienenhaus. Wo stellen wir das mal hin? Da. Na, du weißt ja, das produziert immer zwischendurch Honig, ne? Ich glaube, das zeigt dir das sogar an. Ja? Mhm. Irgendwie so war das. Finger weg. Meins. Jetzt habe ich ein Bienenhaus. Hehehe. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, du musst sogar Blumen in der Nähe haben, oder sowas. Ja. 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 Ich glaube, du musst irgendwie Blumen in der Nähe. Ich glaube, du musst aber etwas Schmetterlinge auffangen, ne? Mhm. Deswegen, das ist nicht so einfach. Hi, Bini. Ach ja, ich kann ja das Nest von den anderen hier wieder kaputt machen. So, Kids Gold Hair. Ja, Gold, Gold, Gold. Meins. Oh, schon hin. Ich bin hier zum Space. Bienenwarm. Eine schon wieder. Obwohl, die Schweine könnten man das eben verbessern. Ja, dann können die auch eine Runde kerkennen. Meine Bienen sollen mich mal zufrieden lassen. Warum? Ja, weil ich gerade eine Biene gefangen habe. Und meine wieder auf mich losgehen. Hm. Kinder in den eigenen Bienen auf dich, geil. Ähm. So, neuen Scheißhaufen. Jetzt wird nur noch Gold. Hier von den. Komm, töte mir den mal. Kann ich dir das nicht geben? Fetzig. Warum nicht? Komm. Warum willst du das denn? Ich will zu essen. Ähm. Was willst du denn haben? Ich hab ja drei von denen. Nein. Aber ich will nicht meinen eigenen Bienen. Doch, ich hab ja selber. Mit Gem. Das noch eine. So, finde ich einen Stein. Da gibt's nicht. Und das muss irgendwo da oben sein. Das Netz ist kaputt gegangen. Oh. Ja. Oh. Oh. Oh, du Junge. Ich hab so richtig viel Mitleid mit dir nicht. Schauen wir einfach mal nochmal ein zweites Netz. Hast ja. Zack. Oh, cheat es ja. Oh, mein. Nein. Hör auf. Meine Bienen zu attackieren. Dummes Schwein. Ja, manchmal. Macht's dumme Sachen nach Schwein. Manchmal ist es gut. Ach. Lass meine Bienen in Ruhe, Misty. Kann's auch nicht mal sagen, ist es richtig oder falsch. Ja, möge ich schon. Ja. Das ist ja der Kitter. Das ist echt. Wie ne, die ganze Zeit. Sorry. Ja. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, ja. Ich hab so viele Portale hier. Hier ist noch ein Pilzkreis. Zack. Der mal wieder wachsen könnte. Ach, ich muss unten rum. Ja, alles klar. Jetzt fehlt mir nur noch Gold und dann kann ich wieder ein bisschen mehr machen. Bretter. Bretter. Wir wollen nicht wirklich mehr Holz. Holz ist sowieso super Mangel. Ne, nicht wirklich. Ich sollte aber mal sammeln gehen. Ja, du kannst ihn. Schaut, dass man eigentlich so ein wirklich zu zweit auf so einer Map spielen kann, ne? Ja. Könnte einer schon anfangen. Das wäre lustig. Und der andere das, das, das. Das wäre lustig. Das wäre auf jeden Fall geil. So. Holz fahren, Holz fahren. Dann kann der eine nämlich immer farm, farm, farm. Der eine besorgt sich irgendwie essen oder sowas. Ähm. Wenn du aus, wenn du Holz farmst, ne? Das Schwein hilft dir. Wie, das hilft dir? Ja, das hilft dir dabei. Auf dem Ding drum zu kloppen oder was. Ja, ich habe mal einen eigenen Handlanger. Du bist doch scheiße. Oh, das wird dunkel, ich war ein Kind, ne? Na, der hält es wieder an. Ne, das rennt weg. Ne, das rennt irgendwo hin und dicht sich dann da hin. So. Mh. Pola hatten wir nicht mehr, ne? Mh. Nein. Komm schon. Mach mir mal Feier an. Was ich machen kann, ist, ich muss mir mal ein Bretter nochmal her stehen. Zack. So, dann bleibe ich mal hier stehen, mir fehlt jetzt nur Gold. Gold, 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 Gold. Und die Blumenabretter. Es regnet. Nein. Nein, tu es nicht. Zack. 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 Bauen wir uns mal ein zweites Bienenhaus. Mhm. Regen ist gar nicht geil. Was ist denn das jetzt? Hier ist auch noch ein Stein. Stein. Zack. 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 Ja, da sind noch Steine. Ich brauchte nur ein Gold durchzogenen Stein. Oh, nee. Ja, brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Ja, spinnen. Okay. Spinnen. Und hat mal angefangen. Mhm. Finde nach, ne? Finde nach, ne? Ja, haben wir gleich schon. Ne. Da ist eine Stunde, ne? Ja, wir haben gleich eine Stunde. Weißt du auch schon was? Das war schon eine ganz schöne Menge. Ja, machen wir gleich das Cut. Dann esse ich nämlich. Ja. Ja. Ich hab tierische Hunger. Hey, jetzt gucken wir mal im Wecker. Hahaha. Ich weiß. Ich hab auch noch nicht gegessen. Das siehst du. Wenn wir nicht sogar sagen können, können wir vielleicht noch eine Stunde hinterher machen oder sowas. Das ist jetzt nicht so viel. Ich kann momentan noch nicht so wirklich was essen. Nicht so wirklich viel. Ach, boah, wenn ich bin, bin ich für vier nicht schon lange, ne? Das ist aber alles in deinen MS wieder, ne? Ich häng mich immer an dich dran. Und du sagst ja, dann ja, wenn nein, dann nein. Is aus 블� Duck. Und dot Sm Gun Number, dot Sm Gun Number, dot Sm Gun Number undードade und Bl bauen blablabla blablabla Und da blablablabla blablabla Blubb で Blub 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 Eie, da hat irgendwo einen Blitz. Neee, der Blitz eingeschlagen. Oh, ich hätte doch die anderen Thuse nehmen sollen. Wurde hast du getroffen? Ne. Ich hab mir ja dieser... ..ich hab mir, bevor ich die Welt neu gestart hab, einfach einen Charakter gewechselt. okay. Ich lauf mit diesem Mädchen jetzt rum, dieses Blonde. Gebt einmal die Thuse, die du... Was ich vor jetzt hatte. Ich hab gar kein Essen mehr. Wie denn nicht mehr? Meine Fresse, ey. Ja, ein Gold durchzogener Sto- Erhurt auch Zeit, erhurt auch Zeit. Mein Hörbis bei 183 noch. Ein Gold, Nugget, das tausche ich hier mit den Bären. Die kannst essen. Das drin, da hat man das. Fragen, ich nehm mal zack, zack. Das Schwank kommt wahrscheinlich auch gleich wieder an. Wo baue ich mich denn jetzt auf? Eigentlich hier vorne. Hier in der Baume. Hier weh ich gerade gar nicht vor. Ich bin gespannt, wo das Schwankchen bleibt. Ich muss mich nicht noch mal spinnen jetzt. Aber ich glaub, du wolltest dann gleich erst mal Ende machen. Ja, erst mal gleich einen kurzen Cut machen. Dann renne ich noch mal kurz weit unten hin. Ja, ich renne jetzt schon nach Hause. Und... Das ist ja egal, wenn ich mich da unten auslöse. Hi, Schweinchen. Ich schließe immer noch. Ich muss mich verarschen. Ich kann das wegschieben. Ja, ist nicht zugesetzt. Sie ist eng. Auf Wege kann man auf jeden Fall schneller laufen. Zack. Ich fange mir immer die Bienen gerade ein. Wenn ich welche finde. Boah, ich hasse dich zum Pflanzen. Nee, und wie gesagt, es gibt es ja verschiedene Bäume. Und die anderen, die kannst du auch noch mit einem Schlag abholzen. Okay. Ich weiß nur, diese komischen Spikes, die ich jetzt gerade hatte, die... Die geben dir auch nur die Sticks. Lumpy... Lumpy Evergreen, steht da. Evergreen. Ja, komisch. Zack. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Science Machine. Also ist das immer nur eine Halbbarkeit, die ich verliere dadurch. Durch die Bienen oder was? Nein. Durch das Holz zerbauen da. So. Wollen wir nicht gerade ein bisschen Holz? Ähhh... Deswegen sammle ich gerade. Ich nehme mal das. Ich weiß nämlich was... Guck. Achja. Zehnter Tag habe ich jetzt schon. Ach, Kastanien waren das. So mein Hirn ist noch voll in Ordnung. Ja, noch voll in Ordnung. So richtig in Ordnung. Papyrus. Hi Schweinchen. Hast bestimmt wieder Hunger, ne? Ähm... Ach komm, mein Inventar ist so frettig voll. Ich weiß nicht, wohin damit. Schmeiß am Boden gekommen. Keine Ahnung, wohin mit. Noch mal etwas. Was kosten so eine komische Chest? Drei Stück. Ja. Okay. Sollen wir dann eben gleich kurz den Cut machen? Lass mir da hinschätzen und es viel. Zentos? Ja. Können wir machen. Hat hier gerade alles aufgehoben? Ne, noch nicht. So, jo Leute, dann würden wir aber bei einem Ban wie hier jetzt mit der Aufnahme. Ja. Und bis später dran. Tschüss. 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 Vielen Dank.